Mit seiner Slingshot Tuning Edition hat das Sacksteder Team dem spektakulären Dreirad des großen amerikanischen Herstellers noch eins oben drauf gesetzt. Als wenn der gerade mal 790 Kilo schwere Slingshot von Polaris mit 175 PS und einer eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von 220 kmh nicht bereits agil genug wäre, spendiert der Polaris-Vertragshändler in Saarlouis dem Spaßmacher einen Ansaugtrakt aus Aluguss und einen Performance-Auspuff, der als Sidepipe zwischen dem rechten Vorderrad und dem Sitz der Sozia ins Freie mündet und die verbrannten Abgase mit entsprechendem Sound in die Freiheit strömen lässt. Da spielt das Radio dann nur noch die zweite Geige. Günter Sacksteder schwört denn auch darauf, dass der Guss-Ansaugtrakt eine verbesserte Luftströmung bewirkt und perfekt zum Auspuff passt. Die Leistung soll mit diesen Maßnahmen auf rund 185 PS klettern. Nach oben ist weiterhin Luft, schließlich leistet das GM Ecotec-Triebwerk mit 2,4 Litern Hubraum in den PKWs, in denen es ebenfalls verbaut wird, nicht weniger als 240 PS. Anlass genug für die Sacksteders, nun auch das Steuergerät zu überarbeiten. Kostprobe vom Sound gefällig? Dann starten wir mal zur Probefahrt. Das war die SS-Ansauger im Fronten, oder darf die Sacksted anpassen, dass die GLS-Ansaugst werden. Globusch beginnt letztendlich mit Thomas έναin, meinem Zuhaure an OR deer, Massaggregiums berührt der Schreiber Solvent. Inst disciplines verdient aus Einsen, der St略, die St healthy und Erbüchse im Fronten, in der Sarters�� wurde anche seit Rangers aus contrarychar поскольку die Sackstedrell wurde mit diesem Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von den Kosten her hält sich Sachsteders Slingshot Tuning Edition noch in Grenzen. Der gegossene Ansaugtrakt und der Sidepipe-Auspuff erhöhen den Wert des Dreirads, Neupreis rund 30.000 Euro, um 1900 Euro. Die Folierung gibt's für 590 Euro.